und damit willkommen zurück so schaut doch gut aus sehr schön dann wollen wir mal was fehlt noch so einiges vielleicht hätte ich ins klamot verlassen sollen mit lutz aber wenn ich es schaffe hier mich zu verbarrikadieren zu verteidigen könnte das klappen aber da muss jetzt mal gucken wenn man nicht so sicher ob das so wird wie ich mir das vorstelle da machen wir erstmal zu und dann holen wir so schnell wie möglich die kommandeurspunkte sehr schön ausbilden kann ich hier nichts und dann einfach nur armbruch schützen machen und fertig das war der tipp letztens einfach nur armbruch schützen ausbilden und das war's noch mal sehen da kommen sie auch schon schau mal also leicht machen wir es ihnen auf jeden fall mehr so viel steht fest da bauen wir uns jetzt hier einen schönen turmring mit armbruch schützen hier vorne und in den türmen in den türmen wenn die von in den türmen nach da schießen können das wäre bombe schau mal ein bisschen geld haben wir ja das könnte sogar die strategie sein die strategie ja nicht eine sondern die strategie aber schon das codewort strategie heute mal ganz früh bäns einfach in die kommentare damit dann weiß ich ja bis zu diesem punkt das video anschaut freut mich immer freut mich immer ja ich könnte jetzt gleich drauf aber ich will das sehen ich will wissen ob sie in diesem turm rein und dann von dem turm aus da angreifen oder ob sogar der turm bis dahin schießen kann das wäre krass das wäre op so nein sieht nicht so aus dann ist es nicht zwingend die strategie okay aber es war ein versuch das war ein versuch hätte ja sein können also dann ist es nicht die strategie sondern eine strategie die eher schlecht als recht funktioniert aber wie auch immer das wird schon auch hier machen wir zu auch hier machen wir zu wenn jetzt das video gesperrt wird weil ich die musik nachmachen das wird aber ich glaube es nicht so klug ist der algorithmus von von youtube google wie auch immer schon nope aha eine fleischerei na gut so dann können wir jetzt auf diesen ring gehen auf den nächsten wow einer was haben die da für probleme verstehe ich nicht muss ich aber auch nicht verstehen ist nämlich egal wenn sie endlich da mal hingehen würden aber bisher bleiben sie lieber alle stehen na gut soll mir recht sein dürfen sie ja ist es nicht so kann ich noch irgendwo nützlich bauen 2% ist schon sehr wenig hier geht noch was zurück an die arbeit naja so reparieren ich weiß ich könnte manuell dahin schicken aber ich will wissen warum sie den befehl nicht ausführen so ich glaube das war es jetzt an nützlichen baupunkten mir geht nicht naja eher nicht eher nicht eher nicht da wirklich gar nichts hey 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 ok ich will das ja ich will das ja hier schön aufbauen ne jetzt nehmen wir aber mal ein paar und schicken die so vor ach die können das nicht weil ich das tor zu gemacht habe und hier ist irgendwie oder was keine ahnung oder sie sind für immer eingesperrt kann auch sein gibt es irgendwo bäume irgendwo da hat es ein paar bäume oder naja naja jetzt geht es auf einmal leuer von uns soll mir recht sein dann macht es halt ist so wurscht auf einmal geht es von mir aus spielt ja keine rolle so schauen wir uns mal ein bisschen um aha da hat es ein blöd kopf meister also so ach du Scheibe nein wenn die alle auf einem Fleck stehen und der Hexenmeister rumst da einmal rein ihr könnt euch vorstellen was dann passiert oder ich glaube ihr könnt euch sehr gut vorstellen was dann passiert na gut wenn der hier alles kaputt macht dann bauen wir halt wieder neu ne so kann ich noch mehr Türme bauen aber ich glaube das erste was ich jetzt als nächstes baue ist hier eine Waffenkammer oder Rüstkammer heißt das glaube ich ja ja und dann baut der hier wieder sehr schön auf so schön hoch ne ja ja dann führt sie halt nicht noch mehr Soldaten ist mir doch so wurscht interessiert doch nicht ich will hier bloß schön überall Truppen drauf stellen wie im Film nur dass diesmal die Bösen in der Festung hocken ein bisschen besser verteilen dürfts euch aber so ja schon scheiße wenn man keine Bomben hat ne dumm KI noch ein Gebäude fertiggestellt na wupsi servus einfach einfach casten ne einfach so weil ich es kann na aber da oben geht noch was hin und dann da hinten vielleicht noch wer weiß ja da ist ne Festung gebaut worden oh jetzt kommen die Riesen jetzt kommen die Riesen hm oh das ist doch schön ja ja weil wir irgendwie keine Ahnung so halt weil halt und schon sind sie Stufe 2 sind ja nicht zu zweit oder zu dritt rein zu dritt aber sie schaffen nichts sehr schön so ach ich kann ja Q drücken für Bannerträger um alle auszuhören es sind ja alles die gleichen Einheiten alles andere Schützen da geht das so oh nein ein Troll b nein der nimmt schon Schaden nehmen die da oben auch Schaden ah interessant naja der macht schon gut Schaden ne schafft er das der ist ja Stufe 2 und jetzt ist er tot uns ist nicht durchgebrochen pech gehabt pech gehabt irgendwo ist auch nur schluss zurück in former armbrüste so noch ein bisschen mehr warum haben wir keine rohstoffe mehr ja dann halt dann lassen was halt geht hier unten noch irgendwas nützliches antworten nein dann nicht ich finde es lustig dass ich hier jetzt leitern bauen kann obwohl ich drin bin als ob ich jetzt leitern irgendwie kann man hier eine leiter anlegen tätig ausprobieren aber kostet nur 100 es kostet vier kommandeurs punkte dann probiere es aus das möchte ich mal wissen kann ich hier eine leitern dass es hier geht weiß ich hier bin ich mir nicht sicher aber hier das täte ich schon gern wissen ups drache hallo der baut mauern neust so hat sie irgendwo bäume ist doch lustig so ein drache so geht hier noch ein turm hin so ja so nein na gut dann halt ein bisserl schief gefällt mir zwar nicht geht mir ziemlich gegen den strich aber so irgendwas halt was willst machen der turm ist lädiert so dann holen wir uns jetzt den ganzen rest gutes ist das türmchen kaputt ja so die leiter einziehen da geht nichts das müssen wir hier erstmal aufmachen nur hier geht es geht nur an dieser mauer okay das ist ziemlich nutzlos die schicken wir jetzt raus dann machen wir wieder zu leider kann man nicht wie bei edge of empire 2 einfach entfernt drücken und stirbt das ding das funktioniert hier nicht aber gut ist auch nicht wichtig die frage ist wann gibt er auf ne aber ich rüste die erstmal alle komplett aus bevor ich überhaupt irgendwas mache also die dürfen sich hier gerne austoben die gegner sterben wenn sie wollen der versucht sie immer wieder mit seinem dunedain schafft es aber noch tja mhmhm nice ja da dürfen sie auch sein tschüss okay die sind alle leer die türme gut und schwupps er gibt auf und schwupps haben wir da 1000 kommandeurs punkte voll ausgerüsteter armbrust schützen helmsklamm gehört jetzt absolut mir da da müssten sie schon mit fünf armeen kommen mit mit vielen katapulten und alles ausgerüstet und 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 das wird die kai nicht machen gut das war eine kurze schlacht über helmsklamm ich bin fertig für jetzt vielen vielen lieben dank wieder fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen tag macht's gut bis dann ciao heyo und vielen dank fürs anschauen des videos wenn ihr mich unterstützen wollt klickt einfach auf den daumen rauf button habt ihr irgendwelche wünsche feedback oder vorschläge lasst es mich in den kommentaren wissen ihr könnt außerdem meinen kanal abonnieren um kein video mehr zu verpassen ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien tag macht's gut ja um und aber Untertitelung des ZDF, 2020